Er erbringt mir nach. Da kommt der nächste Angriff. So schön wie der Eis-Zauber einfach an mir abprallen. Oh. Angriff von unten. Feuerhauter Tomschild. Nett. Vorsicht, Gegner! Vorsicht, Gegner! Runenkrieger, zu mir! Sie belagern uns gestorbt! Na ja, sieht's aus. Jetzt schaffen wir das ganz gut an die... Vorsicht, Gegner! Alpenmarke. Wir werden angegriffen! Kriegen sogar noch viel mehr... Ziemlich viel Kram, den wir verkaufen könnten. Wahrscheinlich auch verkaufen werden, kurz vor dem Ende. Na komm, bringt die restliche Nahrung, die benötigt wird. Sind ja nur noch 340. Und dann hoffen wir mal, dass es sich rentiert hat, mit den Dunkelelfen hier so viel Zeit zu verbringen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich könnte echt noch dann ein paar Kriegsherrn ausbilden. Wahrscheinlich mache ich das wirklich noch. Was ist das? Also fehlen ja jetzt nur noch 50. Vorsicht, Gegner! Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Wir werden angegriffen! Wie viele sind das mittlerweile? Sieben! Ah, diesmal nur große Kle... Ein Todesweber! Hm? Vorsicht, Gegner! Die Linien müssen halten! Oh, sie haut meine Arbeiter. Ah! Nein! Das ist ein Hinterhalt! Und wir haben die Nahrung, die wir brauchen. Dann erstmal die 5 Assassinen. Ich bin unwürdig! Ich bin unwürdig! So, ein Kriegsherr fehlt noch. Bei dem bräuchten wir noch 30 Mondsilber. Das können wir noch grad so verkraftendes Warten. Oh! Da wird jetzt noch mal ein paar Hände. Ich habe noch mal ein paar Hände! Aber jetzt müsste ich noch etwas hinlegen! etwas böser hier oben. Das hier unten wird auch immer böser. Ja, langsam sollte ich angreifen. Oh ja, da kommt das Mondsilber, was ich noch gebrauche. Das ist ein Hinterhalt! Vorsicht, Gegner! Ein Überfall auf die Stadt! Standhalten, Männer! Ha, da haben wir das Mondsilber, was noch gebraucht wird, für den letzten Kriegsherrn. Wir werden angegriffen! Die Linien müssen halten! Und ja, eigentlich kann ich zufrieden sein mit den Erfahrungspunkten, die ich jetzt gesammelt habe. Wen soll ich töten? Wen soll ich töten? Am besten dich selber, du bist creepy. Für die Macht Nors! Jetzt warten wir den nächsten Angriff von hier oben ab und dann gehen wir mit unserer Armee rein. Flieht, flieht, flieht von mir! Ah ja, wir speichern aber auch erstmal hier. Aber übrigens, das Backup-Safe ist mittlerweile gelöscht. Ich fühle sie bereits. Nicht, ich fühle sie bereits. Vorsicht, Gegner! Ja, ich habe mich bescheuert. Ich habe mich bescheuert. Dann greifen wir hier oben mal an. Mit unserer Armee. Wen soll ich töten, euer Unterkang? Ein ehrloser Hinterhalt! Ein ehrloser Hinterhalt! Tot und Verzwang! Weiß doch! Kein Überfall auf Bestand! Ja, wir haben mich bescheuert. Sie belagern unsere Stadt! Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Wir haben eine Sch... Ja, ihr habt mich bescheuert. Schattenkriege verloren. Gut. Was heißt, das erste Lage ist? Ja, ihr habt mich bescheuert. Opal, Schulterplatte, zweiter Metallkeil. Hier kommt euer Unterkang. Ja, ihr habt mich bescheuert. Ja, ihr habt mich bescheuert. So, dann kümmern wir uns mal um den einsamen Klingenweber hier. Das ist sogar nur ein Speer. Ja, das mit den Erfahrungspunkten ist sich gut ausgegangen. Oh, da oben ist die Kiste. Oh, da kommt ein Angriff. Wen soll ich tippen? Wir kommen, euer Unterkang. Blied, flieht vor mir. Ihr werdet alle sterben. Der Tod ist nur der Anfang. Wir sind der Tod. Naja, man sieht, es klappt doch irgendwie besser. Tod und Verzweiflung treiben euch. Das ist zum Beispiel auf der Karteimap. Ein ehrloser Hinterhalt. Der Tod ist nur der Anfang. Also, hart mit der Wald. Ihr habt mich bescheuert. Blied, flieht vor mir. Die Linien dürfen nicht brechen. Der Tod ist nur der Anfang. Ein ehrloser Hinterhalt. Ja, vor allem durch die Schrecken und alles, die wir da noch mitgesporen haben. Der Tod ist nur der Anfang. Ich glaube, das ist viel einfacher. Und hey, wir sind auf halben Erfahrungspunkten. Genau das, was ich eigentlich erreichen wollte. Wen soll ich tippen? Lied von mir. Wen soll ich tippen? Und ja, das Skelette auf wir stehen ist eine Eigenart von den Dunkelelfen eigentlich. Die Todesspinne, okay. Den Kromanten habe ich doch eigentlich gar keine. Für die Macht Nors. Oh, der neue Magier. Äh, praktisch. Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz. Wie viele sie bereits. Die kriegen die jetzt schrecklich. Nichtsdestotrotz. 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 Die kriegen den schrecklichen Klingenweber da wirklich noch down. Und dann schrecklich. Ja.